let's go freunde also heute gibt es mal wieder ein wunderbares let's play arzen video direkt von uns da kommt heute smoke on the water wir fahren heute mal ein bisschen bootrennen ist von mir selbst erstellt von tresor berlin und die anderen kann auch mal einfach mal guten tag sagen tschuldigung freuen ja ich glaube ich wollte gerade sagen die meisten glaube ich hatten eigentlich headset out weil sie gerade lachkrampf hatten richtig richtig genau ok auf mich wurde gesetzt dann setze ich auch mal wieder auf mich das war engelchen engelchen hat auf jeden Fall außer auf mich natürlich das finde ich jetzt nicht besser außer auf Siggi Siggi hat null ich habe auch nur nein sie hat auch dabei so ist das richtig ich will ja auch nicht gewinnen ne ja jetzt habe ich 1000 sind wir verantworten aber ich wollte gerade auf Siggi setzen aber hat nicht mehr geklappt auch immer wieder ausreden hier meine Güte seid doch ehrlich ich wollte gerade auf jeden Siggi du musst einfach nur gerade ausfahren ja weißt du so gerade aus aber nur Spukrafen das ist leicht wiki immer dran denke du musst auf dem Wasser raus ich bin ich bin ich bin ich dann war ich kann keiner rauskriegen der erste Präwo ich bin ich schon wieder ja, der schittet doch mal, der hat hier einen Turbo-Boost oder so ja, Kurve perfekt genommen auch mal, guck mal, was er für einen Turbo drauf hat Ja, und was muss ich ja tun? Ja, der hat auch nicht gesagt, der Sensor muss hinten fahren Ja, ganz, genau, Sigi auch Ja, ich gucke doch öfters mal zurück zu euch Wahnsinn Ja, jetzt kommt die Chance Wo es dann irgendeiner Person so gleich hängt Ich natürlich Ich Ich Und ich komme da nicht mehr raus Ja, der letzte, der muss 20 Euro Nee, der letzte braucht dann nicht Das haben wir gesagt Nee, wie Also, das wissen unsere Zuschauer nicht, also Hallo, da hat keiner was gesagt Bin ich jetzt der Einzige, der da hängengeblieben ist? Ja Du bist hängengeblieben Du bist hängengeblieben Die wollen wir damit nagen, dass du dir mein Kopf tun sollst Ja, richtig Und jetzt bin ich nur noch vierter, was für ein Scheiß Ich hab keinen Bock mehr Und soll ich sagen Ja, aber wartet mal, da wird es noch gleich richtig geil lustig Bei der Strecke, wenn wir da in diesen Dings reinfahren Ey, was machst du da, Gusseisen? Das zählt nicht, ey Ja Ja Wer hat da den, das ist sein Hintergrund so laut im Fernseher, das ist mal ein bisschen nervig, weil es nachher Probleme gehen wird Bestimmt nicht zu tun, ne? Oh, wir hätten da gerade Amphibien... Ach nee Amphibienboot Das kann alle... Das Maria Wachschen Den Plätzen, ne? Och nee Das geht nicht Ich hab dich da gar nicht überholt Aber gut, dass er, ich noch eine kleine Trecke drin hat Da muss er vielleicht immer nicht sterben Das ist eine alte Kenntnisstrecke Nö Kennst du die nicht? Nö, wir spüren die mit euch Ich kenne... Wer will das schon? Was sehen wir denn? Ich bin nur dritter Sigi bist jetzt mal rausgekommen aus den, äh, aus den hölzernen Walddorf Ja, gerade so noch Ich musste alles abbrennen Sigi übt schon mal für mein Kraft Räume kloppen Ja, ja Ey, warum bist du so schnell? Ich glaub glaub... Keine Ahnung, ich weiß es nicht Die rast so an mir vorbei Ja, bin ich aber auch der Meinung... Ist hier nicht auch echt Gummi und wie? Komisch, ne? Ihr habt das falsche Boot genommen, glaub ich, oder? Ne, du kannst doch nur ein Boot, ne? Ja, weiß ich nicht Jetzt haben wir... Oder Konnestu, da konntest du ganz heim mit deinem Boot schieben oder so Ne, das Problem ist, du kannst diese Strecke nur mit diesem Boot schaffen Das ist schafft es mit anderen Also im Endeffekt gibt es hier irgendwo da haben, wo hoch muss Ja, richtig Meine Träse für Booster drauf Ja, deswegen Engelschen gerade auch, die haben dann ein Trick eingebaut Ja, total das ist das scheiße der wasser und der wasser hat wie so doch sicherlich irgendwo die komischen Bußsymbole versteckt die keine Sorge und die weiße und abgesehen er hat sich aber ungefähr eigentlich sollte man strecke nicht mit dem Smartphone nachher richtig spannend das sind was sie gut für komische Gegenstände mit dem bieb 3 bei der Falle mit in den letzten mit Begrüßungen der Maincroft man ich habe nur einen Punkt verpasst es ist das von mir hat er vollkommen wie der Stil ich auch also wird mir zumindest auf der Karte schon mal angezeigt wir auch also ich bin im Ziel nein ich habe einen Film von Herr Gooseisen kannte die letzte Strecke erstellen oder das ist ein bisschen bremsen muss ich hab gar nicht gebremst bin durchgeheizt du bist ja ein richtiger Hälzer ach gut ich bin ein Boot war so ein jetzt bin ich vierte ich bin ich bin dritte schön geil so oh so war er recht wieder für ein Jahr Prozent ich war immer dann mal freigeschaltet hier durch ich dass ich gerade mal bis der fünfte kommt so und ich sage ich habe noch was anderes der Mensch für eine höchste das ist ein Ding Prozent Prozent auf jeden Fall habe ich den Hausherrn geschlagen auf seine eigenen Karten ne ja natürlich ne ich durfte ja nicht erster werden habe ich vorhin gehört sonst soll sich Sigi die Karte nicht du sollt ne du hättest erster werden haben wir gesagt ne ich durfte nicht erster werden ey Nikitin was machst du an Dislike hier hallo äh 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 ey bei der letzten Kurve bin ich aus der Bahn geflogen ja und das war ja der Sinn dabei und deswegen heult es nicht so was und dann bin ich nur eine Feder gewonnen aber aktualisieren würde ich mal sagen oder ne oder machen wir genau Zufall Sumo was machen wir jetzt mal also äh wer hat das Match gewählt ich ich auch aktualisieren ne wie gefällt mir da auch noch nichts ja und dann gucken wir mal hier auf dem Stand hier Rockford äh ich bin auf dem Match äh oh jetzt wird's knapp hier jetzt kommt's drauf an jetzt kommt's drauf an jetzt kommt's drauf an jetzt kommt's drauf an da ah oh Pfeife äh ja Alter dafür musst du dir jetzt definitiv Minecraft holen ey ja das ist so dreckig so dass wir das wieder gut machen ja sonst kommen wir bei dir vorbei aber die Alten sind erfahren und reif im Kopf ne ne ihr wisst schon was er da für ne Strecke vor dir hast ne du hast last team standing gewinnt ne ja last man standing habisch habisch jetzt bin ich mal gespannt Sigi wird ja nur der Horst sein oder ja ja nein der Günther ist er nicht der Horst oder der Günther oh jetzt da der Horst Sigi ne Sigi Horst Sigi Horst Sigi Horst Sigi Horst wo viele Mus strongly brauchtest du? gut, was erstmal wieder meine Muddy voll machen für die freie Spielwelt was kann mir für mich befreit sein den Buddy wieder voll machen Muddy Ho-O-Hop so ich kann nur nicht grad Muddy festen, ne ne also es wird wie ein U18 Video ich hatte mich nur verhört deshalb frag ich lieber nochmal ja richtig oh was gibst du auf der KD auf jeden Fall keine Mudis da laufen auch Mudis rum also die dicken Werther's Lauf ich bin mit Panzerfaust und so oder und ich kann hier kann es nur eine Waffe aus und kann sich alle Waffen aussuchen in der Landgruppen welchen Wagen die seine Waffen auswahl und auch alles nehmen was geht und so mehr er ist so nicht das ist ein LTS ja kannst aber bei der Karte nicht doch also ich kann hier meine ganzen also deine Anfangslappung kann ich hier alles auch rum was geht ach Siggi ist alleine im Team ne ja Siggi und Engelchen ja ne warum hat er die nicht zusammen gemacht verstehe ich jetzt auch nicht wegen drei Teams wegen drei Pums ne ja du hast du hast vier Teams eingegeben deswegen ne ne ja mir ist es egal ich bin mit Gusser ne das ist doch scheiße die Konkurrenz Feller und das ist auch hartes Kaliber das ist sowieso die sind erstmal schön alleine alle fertig? ja na das gibt ja ein bisschen aber sie braucht keine Rücksicht nehmen ne wollen wir wetten Engelchen gewinnt das jetzt? ja weil sie einfach wegkriegt das ist geil dass wir uns alle gegenseitig hören ne ja weil sie vor allen Dingen ganze Zeit wegrennt weißt und wir schießen uns alle tot dann sind nachher nur noch einen Gegner und dann buf dort ahaha 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 Danke soweit hab ich gar nicht nachgedacht also alle jetzt auf Engelchen eh ahaha ihr seid gemein immer auf die Frauen wer welche Männer wollen nicht auf die Frauen? Okay, da gibt's ein paar Männer, ja, okay. Aber das ist jetzt, dazu äußern wir uns nicht weiter. Ich glaube, wir müssen von links auf ein Fleck stehen, oder? Naja, irgendwie müssen wir ja was machen. Ein Engelchen rennt weg, irgendwie ist deine Laufrichtung komisch. Was? Deine Laufrichtung ist ein bisschen komisch. Wieso? Ah, nur so, nur so. Ich geh zu den rosaen Menschen. Menschen. Weiß zwar nicht, wer die rosaen Menschen da sind bei mir. Sehen wir hier gleich. Oh, wer drückt mich da so auf die X-Taste? Da ist ja einer fleißig. Die Gummie. Die Gummie. Die Gummie. Die Gummie. Wer noch sagt, ne? So, wir gehen auch mal so ein bisschen schmusen. Nein! Oh. Rockefeller. Achso, Engelchen war das. Ah, danke Rockefeller. Rockefeller hat's gut. Bitte. Ich hab mich schon gefragt, wie ich da hinterherlaufe. Rockefeller und jetzt waren wir ab, bis die anderen sich gegenseitig fertig gemacht haben. Ja, ey, ich weiß ja nicht, bis wohin die da spazieren fahren oder so. Oh, hier, wir hatten doch vorhin gerade zu einer dicken Werder geschwimmen. Guck dir die mal an, die ist auch heiß. Boah, hier trennt ihr auch noch. Oh, was, hausende, ummelde, die hat ihre Brille verloren. Das ist nicht groß. Erschuldigung. Die kann auch nicht über die Straße rennen, der kommt in irgendwelche dicken Mundi-Seine. Das war Notwehr. Nee, das war Notwehr. Sagen wir uns jetzt noch mal. Zauber. Warte mal, äh... Hast du ein Glitch? Nee, ach, ich will hier nichts. Ach, Glitzen... Glitzen, genau, Glitzen. Glitzen. Robert. Nee, warte mal. Hm, wo war mehr Schatz? Überblick was. Oh no! Ah, doch, mir. Aus wirklich. Sigi, wofür steckst du dich denn? Soll ich dir das sagen? Meinst du? Komm und guck es dir doch an. Der ist doch bestimmt irgendwo runtergehüpft. Der ist im Helikopter oben. Nee, ernsthaft? So hässlich, wie er gerade lacht, also... Entschließt das sicherlich der Wahrheit. Killt euch erstmal gegenseitig. Was ist nicht dein Ernst, du fliegt jetzt nicht mit dem Helikopter. Ich glaub das nicht. Ich hol ihn gleich runter mit meiner Panzerfrau. Du siehst den Helikopter nicht mal mehr. Ist das dein Ernst? Das ist nicht der Hayley, der fliegt ja ganz woanders. Der bewegt sich ja auch gar nicht. Ich hab ne ruhige Hand. Schade, hätte er klappen können. Ich wollte grad mal Pegasus anrufen und einen Panther bestellen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Das wäre aber nur ein Ding. Aber der Panzer würde auch nicht so hoch, komm. Das ist ja egal. Aber alle anderen hätten wir dann wenigstens schon mal getötet. Das stimmt. Und dann zwei gegen Sigi ist auch nicht so schlimm. Das ist scheiße, dass er sich da kein bisschen in kein Meter bewegt. Das macht mich ein bisschen nervös. Ein bisschen ganz leicht, ganz leicht. Ach, ihr macht das schon. Ihr kriegt ihn ja irgendwie schon. Richtig. Läuft schon. Ihr kriegt das schon. Wir drücken euch irgendwie die Daumen. Und Sigi versucht noch einen irgendwie fertig zu machen von den beiden. Wir wissen schon, dass die Zeit abläuft, ne? Wir hatten ja so als Siem so gesehen ja schon den ersten Punkt, weil ich schon immer getötet habe. Ja, also, wir haben kein Problem damit, dass die Zeit abläuft. Ach so. Wir gewinnen so wie du. Du nutzerst aber kränkig jetzt schon oder so. Ich? Ich bin ein Heli benutzt, wo ist denn sein Heli? Er hat kein Heli benutzt. Hey, das sei es so aus. Der hat er, der ist irgendwo drin. Ach, ihr macht das Scheiße. Ich habe ihn. Aber es ist sauber, 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 sauber. Weiter. Das Zweifel. Auch nee, ich muss mir doch noch mitspielen. Ja. Ich dachte, das werde schon so anscheinend. Aber das ist doch unfair, ne? Das war ja auch ganz alleine, ne? Ja, ihr hättet ja miteinander spielen können. Wir hatten gesagt, dass ihr gegeneinander spielen solltet. Ich habe davon auch nichts gesagt. Na, ein Vorteil hat es. Ich kann jetzt in Ruhe einer Woche gehen. Na, du musst uns weiter unterhalten, jetzt, Gigi. Genauso. Nö. Ich gehe jetzt an einem Ort, Höhle. Hab ich verdient. Ich habe gegen zwei gekämpft. Und verloren. Ist ja egal. Also, ich kann ja ein Handy mitnehmen. Jetzt steht es gerade 1-1. So, wo sind denn meine Ziererätnis draußen noch? Ich mache meinen strategischen Rückzug. So, wo sind die Ziererätnis? Okay. Die sind da beiden oben auf dem Dach. Was? Die sind beide oben auf dem Dach. Panzerfaust und sowas verwenden Ne, also ich verwende keine Panzerfaust Ich auch nicht, nein Ich bin halt Granatwerfer Nein, das war meine Panzerfaust Jo, noch eine Minute dreißig ungefähr Ey, so schnell habe ich meine Zerrate nicht auf Ich habe ich, ich habe ich Nikitin, ja Mann, wo war der denn auf einmal? Glitscher Hochgefälle Er ist so ein Glitscher Mach was, du hast noch eine Minute Sollte es auf uns zukommen, nicht wie auf dich Tut jetzt gegenseitig Snipern oder was? Oh, ne, 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 er guckt doch hin, was wir machen Ich schaue doch nicht weg Rockgefälle macht das total falsch Er ist ja oben auf einer roten Hausfrau Ich bin nicht War er eben Na, ich habe ihn gesehen Er spielt total defensiv Nein, er hat nicht Nein Er war sauber Ich habe ihn schön zugebombt Rockgefälle, was war das denn? Ja, ne, wenn da zwei Leute rumbomben Beschwer dich mal nicht Du bist immerhin gestorben Ja, ich habe auch noch versucht Jemanden mit einer Panzerfaust zu treffen Und ich habe zum Ende noch jemanden getroffen Also, ne Ich habe zum Ende hin beide getroffen Wiederholung Ja, bin ja auch für Aber diesmal mit richtigen Teams Let's Play, Freunde Da machen wir mal einen Cut Also, wir wünschen Likes, Abonnements Und viel Spaß Abonnements Ja, Abonnements Richtig Also Wir wünschen, wir hoffen, ihr guckt weiter unsere Videos an Bla, bla, bla Ching, Chang, Chang, ihr kennt den ganzen Käse Also, bis dann, euer Let's Play Azen Team Tschüss, tschüss, hallo Tschüss Vielen Dank.